Behalten Sie Ihr Fahrzeug im Blick mit der MyBMW App. Ist Ihr BMW mit dem optionalen Anti-Diebstahl-Rekorder ausgestattet und der Kipp-Alarmsensor oder der Innenraumbewegungsmelder werden ausgelöst, kann Ihr Fahrzeug-Push-Benachrichtigungen an Ihre MyBMW App schicken mit Videoaufzeichnung. Um solche Warnungen zu erhalten, müssen Sie nur den Anti-Diebstahl-Rekorder aktivieren unter Apps Drive Recorder. Stimmen Sie der Übertragung der Kameradaten Ihres Fahrzeugs zu und wählen Sie Aufnahme zulassen, um Ihren Anti-Diebstahl-Rekorder und den Drive Recorder zu aktivieren. Unter Diebstahl stellen Sie die Aufzeichnungsdauer für den Fall eines Auslöseereignisses ein. Aktivieren Sie Datenzugriff über MyBMW App, um Benachrichtigungen zuzulassen. Von nun an, wenn der Diebstahl-Alarm ausgelöst wird, starten Ihre Fahrzeugkameras automatisch mit der Aufzeichnung und Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung in der MyBMW App. Dort sehen Sie alle ausgelösten Aufzeichnungen, inklusive Fahrzeugstandort und dem Zeitpunkt des Alarms. Natürlich können Sie alle Aufnahmen auch herunterladen. Unter Details sehen Sie eine Kartenansicht des Vorfalls und eine Liste aller verfügbaren Videos. Schauen wir uns doch mal eins an. Der äußere Anti-Diebstahl-Rekorder ist Teil des optionalen Parkassistent Plus oder Parkassistent Professional. Dieser Rekorder funktioniert auch mit der optionalen Innenraumkamera, die Videos aus dem Fahrzeuginnenraum liefert, wenn Alarm ausgelöst wird. Natürlich nur, wenn Sie die Funktion im Datenschutzmenü aktivieren. Sehen Sie sich weitere How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Vielen Dank! Vielen Dank.